Geht's noch süßer? Mayim Bialik, 43, und Jim Parsons, 45, geben in ihren The Big Bang Siri-Rollen das süßeste und nädigeste Kapperl der TV-Welt ab. Dass die Harmonie zwischen den Schauspielern auch abseits der Kameras stimmt, beweist jetzt ein neuer rührender Post der Seriendarsteller in Eine Ära endet. Seit 2010 spielte Mayim Bialik die Dr. Hemifera Fowler in der mega erfolgreichen Serie The Big Bang Siri. Das ist nun vorbei. Doch trotz des anstehenden Serienendes sind die Schauspieler noch immer ein Herz und eine Seele. Zum bevorstehenden Geburtstag von Jim Parsons, der die Rolle des Nerds Dr. Dr. Sheldon Cooper verkörpert, veröffentlichte Mayim eine rührende Liebeserklärung für ihren Kollegen auf Instagram, begann sie ihren Post. Der Geburtstag des Sheldon-Memen ist erst am Wochenende, doch Mayim wollte ihren guten Freund offenbar schon mal ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Für diese Big Bang Siri-Fans war es der Horror schlechthin, die beliebte Serie endet nach der 12. Die letzten Folgen der Nerdshow laufen im US-Fernsehen im Mai. In Deutschland dürften die allerletzten Episoden ebenfalls 2019 ausgestrahlt werden. Und ausgerechnet das Geburtstagskind soll schuld an Serien aus sein, sagte der Schauspieler im Interview mit Entertainment Weekly. Parsons habe seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängert, weil er sich anderen Projekten widmen wolle. Ein Grund für die Macher, die Nerds-Sendung ohne ihren Star einzustellen.